Nach der Pause bleibt Bielefeld dran. Ecke von Florian Dick. Und jetzt kommt Kloß. Besser geht es nicht. Fabian Kloß überragend. Es war vorher zu lesen, er sei nicht in Form. Und dann haut er so ein Ding raus. Im Training einstudiert. Die Arminia stellt ihren besten Kopfballspieler an den 16er. Und er lässt es unbehelligt von Sandhausen krachen. Fabian Kloß. Und er zieht diesem bislang so unansehlichen Spiel eine Schönheitsoperation. Nicht zu fassen. Bielefeld, Fabian Kloß, Norbert Mayer. 2-0.